Teilweise ist die Kommunikation über die Blume ein bisschen anders wie über eine Persönlichkeit. Die Blume nimmt immer ein bisschen die Schwere weg, weil man redet nicht mehr über sich oder über den anderen Menschen, sondern man geht über die Blume. Sagt, ich möchte eine Blume kaufen, ich möchte das verschenken. Ich glaube, ich kann sagen, ich habe in meinen letzten vielen Jahren hier alle Nationalitäten fast kennengelernt und durch die Blumen auch gesehen, dass es verbindet, die Natur verbindet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017